Ja, hallo und herzlich willkommen, auch nochmal von meiner Seite. Wir freuen uns über die zahlreichen Anmeldungen und über das Interesse an diesem Webinar. Mein Name ist Alexander Kolmogorzeff und heute handelt es sich um ein ganz spezielles Webinar. Ich präsentiere dieses Webinar nicht alleine, sondern zusammen mit unserem Partner Graphomate. Und dafür begrüße ich Stefanie. Hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Es freut mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, unsere Produkte innen präsentieren zu können. Genau. Was haben wir heute vor? Zunächst einmal, Sie alle wissen ja, dass es häufig nicht gerade einfach ist, den perfekten Überblick über die SAP BI Berichtslandschaft zu bekommen. Und wenn die Aussagekraft der genutzten Dashboards dann noch zu wünschen übrig lässt, dann verschlimmert sich die gesamte Situation noch. Die SAP Standardmittel bringen zu wenig Funktionalität mit, um diese angesprochenen Punkte zu lösen. Und genau hier kommen unsere Produkte ins Spiel. Zunächst einmal, das wollen wir Ihnen dann heute zeigen. Wir wollen Ihnen zeigen, inwiefern unsere Lösungen Ihnen bei der Erstellung von aussagekräftigen Visualisierungen im BO-Umfeld helfen. Und wie Endanwender sowie Entwickler eine vollständige Transparenz erhalten. Genau. Links sehen Sie nochmal Ihre heutigen Moderatoren. Und dann schauen wir uns mal kurz an, was die Agenda ist. Zunächst einmal startet die Stephanie und wird Ihnen den Part von Graphomate präsentieren. Den theoretischen Part bezüglich Notation und IBCS. Und anschließend noch eine Live-Demo, in der Sie die IBCS-konformen Charts und Tabellen in ein Dashboard integriert. Dann komme ich mit meinem Part, mit BlueTeligence. Ich möchte Ihnen dann auch nochmal ein paar theoretische Informationen mitgeben bezüglich unserer Produkte Enterprise Glossary und DokuPerformer. Und anschließend möchte ich Ihnen in einer Live-Demo nochmal zeigen, inwiefern Sie eine vollständige Transparenz bekommen für Fachbereiche und Entwickler mit Hilfe eines Use Cases. Gut, das zum Organisatorischen. Ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden und übergebe dann das Wort an dich, Stephanie. Ja, dann vielen Dank, Alex. Fangen wir an. Visualisierungen müssen aussagekräftig sein. Andernfalls sind sie überflüssig. Seit 2010 agiert Graphomate unter dem Motto Informieren statt Dekorieren im Bereich Business Intelligence. Wir bieten unsere Software für diverse Frontend-Tools an. Dabei lag anfangs unser Schwerpunkt im SAP-Bereich und vielleicht mag dem einen oder anderen das Tool Excelsior noch geläufig sein. Damit sind wir gestartet. Mittlerweile haben wir uns fest im SAP Analytics-Bereich integriert. Wir sind verfügbar für Numera Designer, für Webby oder auch den Evergreen Microsoft Excel in Verbindung mit Analysis for Office. Wenn Sie native Dashboards erstellen wollen, bieten wir auch eine SAP-Bereich-Programmier-Bibliothek an. Unsere Produkte sind einfach zu bedienen und gehen überall zum gleichen Ergebnis. Der Trend, mehrere Self-Service-Tools parallel im Einsatz zu betreiben, hat uns dazu motiviert, unsere Tools auch für Tableau und Power BI dieses Jahr zur Verfügung zu stellen. Dies wird im Q3 dieses Jahres passieren. Unsere Software ermöglicht Ihnen die Abbildung eines einheitlichen, standardisierten Berichtswesens gemäß der International Business Communication Standards, kurz IBCS. Egal welches Frontend-Tool Sie nutzen, das Ergebnis Ihrer Visualisierung wird in allen Umgebungen gleich ausfallen. Und hier können Sie einen kurzen Auszug unserer Kunden sehen und hier daraus wird erkenntlich, dass viele große Firmen bereits erkannt haben, dass eine einheitliche Notation unabdingbar ist. Alex, was siehst du hier? Eine Pyramide, würde ich sagen. Das ist eine Option. Eine andere Option wäre beispielsweise, ein Tortendiagramm zu sehen. Stimmt. Hier nochmal kurz die Auflösung. Also wir waren schon sehr dicht dran und du hast es eigentlich genau getroffen. Okay. Ja. Dieses Beispiel ist ein wunderbar eklatantes Beispiel für eine eindeutig uneindeutige Visualisierung. Und genau das möchten wir von der GraphicMate vermeiden. Vergleichen wir die Situation mit geläufigen Symbolen und Grafiken. Sie erkennen das Verkehrsschild, das Symbol für den Kondensator, die Achtel und die Maßangabe in einer Konstruktionszeichnung. Die Bedeutung der Symbole ist klar. Wir sprechen hier von einem Notationsstandard. Die Notation dient uns Menschen klarer und schneller zu kommunizieren. In sehr vielen Disziplinen herrscht bereits Konsens über den Notationsstandard. Leider können wir diese Aussage nicht auf die Darstellung von Geschäftsberichten und Dashboards übertragen. Negativ Beispiele wie die Pyramide, die wir uns eben angeschaut haben, gibt es zuhauf. Ich glaube, Ihnen allen ist klar, wie anstrengend es ist, unterschiedliche Diagrammpypen zu vergleichen und darauf aufbauend fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Misere soll durch die International Business Communication Standards aufgelöst werden. Man hat es sich zur Aufgabe gemacht, IBCS zum Notationsstandard in der Geschäftswelt zu etablieren. Den Stein ins Rollen brachte Professor Dr. Rolf Hichert. Denn er konnte es als Maschinenbauer nicht fassen, dass es in der Geschäftswelt kein Regelwerk für das Darstellen von Informationen gab. Also stellte er die Regeln zusammen, die die Basis für eine einheitliche Notation bilden. Diese Regeln werden unter dem Akronen Success zusammengefasst. Wie Sie sehen, es gibt ein Poster, auf dem alle Regeln zusammengefasst sind. Die Success-Regeln gliedern sich in drei übergeordnete Bereiche, die ich Ihnen hier einmal kurz zusammenfassen möchte. Dafür nehmen wir das mal hervor, indem wir den ersten Bereich beleuchten, der sich mit der Konzeption befasst. Dafür nutzen wir die Regeln Save und Structure. Save ist elementar, denn hier ist die Aussage, dass wir eine Botschaft ermitteln möchten. Wir brauchen eine Aussage, klar und deutlich. Structure steht dafür, dass die Inhalte gebildert werden und nicht wahllos aneinandergereiht werden. Der nächste Bereich befasst die Mantik und hierfür steht die Regel Unify. Es geht darum, dass Gleiches gleich dargestellt wird und dass man sich einig ist, wie die Kennzahlen definiert werden. Der letzte Bereich handelt von der Perzeption. Es geht darum, wie Dinge dargestellt werden. Hierfür haben wir die meisten Regeln. Condense, Check, Express und Simplify. Alle sind wichtig, um die richtigen Visualisierungen auszuwählen, den Einsatz von Farbe zu dosieren und so weiter und so fort. Das könnte man nochmal alles extra erklären, aber das würde hier heute den Rahmen sprengen. Alle Regeln liegen dem Ziel des einheitlichen Gebrauchs von Symbolen, Visualisierungsformen und der Gebrauch einer einheitlichen Sprache. Für mehr Transparenz und erschnelltes Fassen von Informationen. Rufen Sie sich das bei dem Stichwort IBCS bitte immer wieder ins Gedächtnis. Wir von der Graphomate realisieren die technische Umsetzung der Regeln Simplify. Unsere Tools sind darauf ausgelegt, dass nur die nötigsten Linien für ein Diagramm gezeichnet werden. Wir verzichten bewusst auf 3D-Effekte oder visuelles Rauschen, nämlich den Hintergrund-Boost an unnötigen Informationen. Selbstredend sind unsere Graphomate Charts und Tables IBCS zertifiziert. An einem Beispiel möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie ein Dashboard in IBCS-Manier aussehen kann. Dafür haben wir hier ein Beispiel von der Lufthansa Technik, langjähriger Kunde von uns. Und Lufthansa Technik hat relativ zeitig angefangen, einen IBCS-Standard umzusetzen. Das Ganze kann dann so aussehen und ich möchte Ihnen anhand einiger Beispiele aufzeigen, welche Kernaspekte sehr wichtig sind, wie Sie bereits jetzt auch schon mit nähere Dashboard-Umsetzungen einfließen lassen können. Angefangen vom Titelkonzept. Verwenden Sie ein einheitliches Titelkonzept, am besten oben links immer positioniert. Somit kann der Leser und Empfänger sofort wahrnehmen, was er sieht und was er lesen wird. Der nächste Punkt ist die Ausrichtung von Diagrammarten. Betrachte ich Daten über einen Zeithorizont, errichte ich sie horizontal aus. Das können wir hier sehr gut erkennen. Gucke ich mir Strukturen an, Aufschlussungen nach Kategorien, verwende ich die vertikale Ausrichtung. Auch hier deutlich zu erkennen. Des Weiteren ist es wichtig, dass ich den Farbeinsatz modusiert verwende. Die Darstellung von Ist-Werten und Planwerten haben eine bestimmte Symbolik und Farbfläche. So werden Ist-Werte immer schwarz dargestellt. Die Schraffur kennzeichnet Vorkast-Werte. Planwerte werden hohl dargestellt. Wenn Sie das überall verwenden, kann ich Ihnen garantieren, der Empfänger das immer super schnell erkennen und identifizieren kann und muss nicht immer überlegen, welche Farbe steht für welche Kennzahl. Vielleicht ist es auch ungewohnt, dass dieses Dashboard nur wenig Farbe verwendet. Das hat auch den Grund, dass hier kontextsensitive Daten mit Farbe kodiert werden, nämlich die Abweichungen. Je nach Abweichungsart und Bewertung der Abweichung wird diese gefärbt. Positive Abweichungen können beispielsweise grün gefärbt werden, wenn sie positiv bewertet werden, oder für negative Bewertungen rot. In unseren Tools ist es auch möglich, dass Sie die Bewertung auch einfach invertieren können, sodass Sie sagen, okay, wenn wir die Kosten gespart haben, der negative Wert wird dann positiv bewertet und erhält statt der roten Kolorierung die grünen. Das Thema Abweichungen ist auch zentral, denn größtenteils werden die Entscheidungen darauf fundiert, ausgelegt, wie die Abweichungen ausschlagen. Mit wenigen Klicks ist das mit unseren Tools umgesetzt. Dann gehen wir noch zum einen Absprung. Beispielsweise haben Sie auf der ersten Seite den Monat November ausgesucht und Sie kommen in den Detailbereich und haben hier in tabellarischer Sicht Ihre Ausgaben, Kosten, Strukturen und können das gut erkennen. In den Tabellenköpfen werden beispielsweise auch wieder die Szenarien für Ist-Werte wiederholt, hier schwarz dargestellt. Die Abweichungen zum Budget erkenne ich an den hohen Balken bei den Abweichungen. Relativ einfach und simpel. Zu guter Letzt empfehlen wir noch, dass die x-Achse immer bei 0 beginnt, die Werteachse. Dass Sie nichts abschneiden, dass man wirklich gut vergleichen kann. Ist das hier ein Ausreißer oder trügt einfach nur der Abstand zwischen den beiden? Wenn Sie diese Punkte mitnehmen, haben Sie schon ein sehr gut durchdachtes Dashboard und mit der Nutzung der Graphen mit Komponenten ist diese Realisierung recht einfach. Ich hoffe, Sie haben nur eine klare Vorstellung, wie ein Dashboard oder ein Bericht besser gestaltet werden kann, wenn Sie IBCS-Regeln anwenden. Bevor ich jetzt zur Live-Demo komme, habe ich noch eine Frage für Sie vorbereitet. Ich würde mich wieder freuen, wenn Sie der Regel daran teilnehmen. Wir möchten gerne wissen, welche Frontend-Tools Sie benutzen. Auch die, die nicht mit SAP zu tun haben. Weiter noch ein paar Sekunden. Dann schließe ich das einmal. Hier können Sie einmal die Resultate sehen. Sehr interessant, dass natürlich sehr viele die SAP-Frontend-Tools benutzen, aber dass auch Tableau und Power BI immer häufiger Einsatz finden. Das haben wir in den letzten Monaten auch stark gespiegelt bekommen von uns, unseren Kunden. Und es sei gesagt, dass, wie gesagt, die GraphenMate-Komponenten künftig auch für Tableau und Power BI zur Verfügung stehen, womit Sie dann die gleichen visuellen Ergebnisse erzeugen können. Dann möchte ich an dieser Stelle einmal wechseln in die Live-Demo. Und hierfür haben wir uns den Nira-Designer ausgesucht. Ich denke, Sie kennen die Arbeitsoberfläche und Sie sehen hier einmal ein einfaches Chart. Und ich möchte Ihnen zeigen, mit wie vielen Klicks Sie dieses bereits erzeugen können. Dafür lösche ich das einmal. Und ich beginne damit, dass ich eine GraphenMate-Chart-Komponente auf die Zeichenfläche ziehe. Einfach per Drag & Drop. Das ist relativ einfach. Dann muss ich noch die Datenquelle verknüpfen. Das Ganze kann ich mir etwas größer ziehen. Zum Beginn erscheint hier ein kleines Overlay, damit Sie sehen können, wie das künftig aussehen wird. Und dann muss ich noch schnell die Daten verbinden. Wir haben vorbereitet die Kennzahl NetSales. Und wir wollen noch eine zweite Kennzahl, also vielmehr die Budgetzahlen vergleichen. Und so haben wir schon die Daten verknüpft. Das ist relativ einfach. Dann wollen wir dem Ganzen auch noch einen Namen geben, also ein Titelkonzept. Das haben wir vorher erwähnt. Da können Sie sich einmal kurz das rüberkopieren. Das ist auch IBCS-typisch, dass es meist dreizeilig ist. Gebe einmal die Einheit an, also die Organisationseinheit. Dann gefolgt von der Kennzahl und in welcher Währung der Zeitraum wird angegeben und um welchen Datentypen es sich handelt. So weit, so gut. Jetzt möchte ich noch Abweichungen hinzufügen. Durch einen einfachen Klick können die gestaltet werden. Und hier haben wir jetzt die prozentualen Abweichungen hinzugefügt. Ich kann auch noch die absoluten hinzufügen. Und das passiert alles out of the box. Sie könnten auch bei mehreren Kennzahlen noch einstellen, welche Werte voneinander berechnet werden sollen. Das passiert hier über das Dropdown. In diesem Fall reicht das einfach aus. Nun geht es noch darum, dass wir die Datentypen verwenden. Und diese kann ich einfach zuweisen. Die Datentypen sind die sogenannten Szenarien. Die aktuellen Werte, die Ist-Zahlen, werden schwarz schraffiert. Und dafür verwende ich jetzt einfach die Kürze. Und Sie sehen, dass sich das dann automatisch verändert. Dann sagen wir mal bis Juni. Juli ist auch noch okay. Haben wir die Ist-Werte. Dann gehen wir weiter mit den Forecast-Werten. Und kann das einküben. Und Sie sehen, auch die Abweichungen verändern sich in der Darstellung. Die Schraubfur wird übernommen. Nun vergleiche ich das Ganze ja zu unseren Budgetdaten. Und jetzt weise ich einfach das Kürze hinzu, wie die Darstellung von Budgetdaten. Und dann kann ich auch bereits hier erkennen, anhand der Achse, wie meine Abweichungen dargestellt werden. Durch die hohle Darstellung der Abweichungsachse weiß ich immer, dass der Bezug auch meine Budgetdaten sind. So einfach und schlicht können Sie mit unseren Tools ein Diagramm erstellen. Möchten Sie zum Beispiel mit einem anderen Diagrammtyp arbeiten, können Sie dafür einfach hier auswählen, welchen Sie nutzen möchten. Und das Ganze verändert sich. Häufig ist auch sehr interessant der Wasserfall, wofür hier diese Arten Daten nicht geeignet sind. Also nochmal zurück. Und mit der zeitlichen Ausrichtung bestimmt das. Sollten Sie zum Beispiel jetzt eine Kostenstellenstruktur haben, einfach hier oben das einmal wechseln. Und wieder zurück. Das übernehmen wir alles für Sie. Eine Sache möchte ich gerne noch zeigen. Und zwar die Tatsache, dass ich immer bei Null skalieren sollte und dass ich darauf achte, dass alle Daten im gleichen Raum sich befinden, also gleich skaliert werden. Dafür haben wir ein super Feature, die sogenannte Comparison Group. Und ich teile jetzt alle Grafiken die gleiche Comparison Group zu. Und ich glaube, Sie haben schon erkannt, was passiert ist. Die Grafiken passen sich an und Sie können wirklich nun die Daten miteinander vergleichen und müssen nicht immer die Wertachsen einstellen. Ich glaube, das ist ein super Feature, das Ihnen sehr viel Arbeit erspart. Wir haben natürlich zahlreiche weitere Komponenten. Auch die Graph-Mate-Tables, die ich Ihnen einmal kurz zeigen. Wir haben hier im Live-Modus. Wir nehmen hier auf die Tables. Und unsere Komponenten sind vollständig integriert in den Mira Designer. Das heißt, dass auch die Script-Sprache while unterstützt wird und unsere Komponenten auf Bilderszustände reagieren können und diese durch Events getriggert werden können. Ebenso können wir mit dem Kontextmenü arbeiten, darüber Absprünge, einfach gestalten, was ist möglich. Hier können wir wieder die Abweichung erkennen und auch die Ist-Werte, Actual und Budget wiederholt dargestellt. Ich denke, das gibt Ihnen einen ersten Eindruck, wie umfangreich doch unsere Komponenten nutzbar sind. Ja, dann komme ich mal wieder zurück. Und ich hoffe, dass Sie sehen konnten, wie umfangreich und essentiell dieses Thema Visualisierung ist. Und unser Produktportfolio spiegelt einmal mehr wider, dass es sehr viele Designmöglichkeiten gibt. Wichtig ist, dass die Charts und die Tablets, dennoch folgerlich die Graph-Mate-Matex sein, IBCS-zertifiziert sind. Damit können Sie den Standard abbilden. Sie können sich unter anderem auch vorstellen, dass es wahrscheinlich nicht angenehm ist, wenn Sie jedes Mal einen Chart neu erstellen müssen mit der neuen Konfiguration. Dafür gibt es unsere Komponente, den Graph-Mate-Server. Dieser kann Vorlagen verwalten für das Layout und man kann es auch anpassen. Und dieser ist auf den BO-Server integriert. Dadurch haben Sie eine zentrale Ablagefläche und schaffen Transparenz und müssen nicht jedes Mal auf den anderen Rechner zugreifen. Dann möchte ich hier nochmal kurz zusammenfassen. Die Vorteile unserer Extensions. Sie führen zur Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit. Ebenso durch den Einsatz sind die schneller in der Kreation von Berichten, die IBCS-konform sind. Und sie schalten eine Transparenz. Denn unser Ziel ist es, Unternehmen und Entscheidern einfache und klare Visualisierungen liefern, die informationsreich und schnell erfassbar die Entscheidungsfindung unterstützen und so das Unternehmen voranbringen. Betreu dem Motto Information statt Dekoration. Ja, dann an dieser Stelle würde ich dann gerne wieder an Alex übergeben. Alles klar. Gut. Nochmals vielen Dank, Stefanie. Es war echt eine sehr interessante Präsentation. Und ich würde jetzt weitermachen mit Blue Intelligence, mit meinem Part. Gut. Zunächst einmal eine kleine Vorstellung. Wer sind wir? Blue Intelligence ist ein inhabergeführtes Softwareunternehmen mit Firmensitz in Wiesbaden. Und der Ursprung der Idee war damals, als mein Chef als SAP-Berater gearbeitet hat und Queries manuell und händisch dokumentieren musste, dachte er sich, es muss doch irgendwie eine bessere Lösung geben, diese Queries zu dokumentieren. Und das war die Ursprungsidee für den Doku-Performer, für unser erstes Produkt. Und seitdem hat sich der Funktionsumfang extrem erweitert von unserem Tool. Es kam auch ein weiteres Tool hinzu. Das werden wir gleich alles sehen. Und unser Fokus liegt vor allem darin, dass wir die ganzen Bereiche im SAP Business Analytics, die nicht vom SAP-Standardmittel abgedeckt werden, dass wir genau diese Bereiche mit unseren Funktionen abdecken möchten, weil genau in diesen Bereichen der größte Aufwand entsteht. Genau. Der Fokus liegt dabei auf den aufgezählten Punkten. Das heißt, die Dokumentation, die Katalogisierung, die Systemanalysen, die Übersetzung, sowie die Unterstützung bei der Migration. Auf der nächsten Folie sehen Sie eine kleine Auswahl unserer Kunden. Die meisten Kunden kommen aus Deutschland, aber wir haben auch Kunden aus der Schweiz, aus Österreich und Dänemark. Dann komme ich jetzt auch schon direkt auf unsere Produkte zu sprechen, denn ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt zwei Produkte, das Enterprise Glossary für den Fachbereich und den Doku-Performer für die Entwickler. Ich möchte starten mit dem Enterprise Glossary. Hier eine kleine Übersicht von dem Funktionsumfang. Das heißt, das Enterprise Glossary ist unsere Lösung, um das Vertrauen des Fachbereichs in Kennzahlen und Berichte zu stärken. Das ist eine webbasierte Plattform, mit der zentrale Definition zu Kennzahlen und Berichten den Endanwendern zur Verfügung gestellt werden können. Die Funktionen sind hier aufgelistet. Ich werde auf all diese Funktionen gleich in meiner Live-Demo eingehen. Besonders hervorheben möchte ich den zweiten Punkt, die Integration von SAP BW und BO-Metadaten, denn die Objekte, die wir unterstützen, sind vor allem die Objektypen, die für die Endanwender auch interessant sind, also die gesamten SAP Frontends. In dem Fall wieder verwendbare Kennzahlen, Queries, Berichte, Variablen, sowie relevante BO-Berichte. Ein kleiner Ausflug in die Realität eines Endanwenders. Wie sieht diese aus? Ein Mitarbeiter aus dem Fachbereich, wenn er eine Frage hat oder dringend eine Information benötigt, zu einem Dashboard oder zu einer Kennzahl, was tut er dann? Häufig fragt er den Entwickler oder er macht vielleicht ein Ticket auf. Schlimmstenfalls hat der Entwickler sehr viele dieser offenen Tickets und der Mitarbeiter des Fachbereichs erhält die Antwort eventuell erst in ein paar Tagen. Und das könnte dazu führen, dass Ihnen diese Auskunft gar nichts mehr bringt. Ich möchte Ihnen jetzt eine Live-Demo zeigen, aus der Perspektive eines Fachbereichsmitarbeiter, wie ein Endanwender mit dem EG ein Werkzeug erhält, mit dem er sich selbstständig informieren und Fragen eigenständig beantworten kann, ohne den Entwickler involvieren zu müssen. Vor allem, wenn es darum geht, einfach nur Informationen einzuholen. Dafür starte ich mit meiner ersten Live-Demo. Einen Moment bitte. Genau. Ich hoffe, Sie sehen meinen Browser hier. Ich habe ein Dashboard geöffnet, in dem Graphomat-Extensions verwendet wurden. Das heißt, was sehen wir hier? Wir sehen verschiedene Graphomat-Komponenten. Die Graphomat-Komponenten unterstützen die Designer-Skript-Sprache Bile und die Grafiken können sich an Filter- und Selektionszustände auf dem Dashboard anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt auf so eine Kachel klicke beispielsweise, dann aktualisieren sich auch die Ergebnisse beziehungsweise die Beträge in dieser Tabelle. Genau. Wenn ich auf den schwarzen Balken klicke, dann wird der Filter auf die Daten angewendet. Das heißt, solch ein interaktives Dashboard zu bauen, wäre ohne die Graphomat-Extensions mit den normalen SAP-Standardmitteln nicht möglich. Gut. Ich komme nun auf das EG zu sprechen. Das Enterprise Glossary, unser Beispiel in dieser Live-Demo. Gehen wir mal davon aus, ich habe jetzt einen Use Case vorbereitet für Sie. Wir sind jetzt ein Fachbereichsmitarbeiter und wir sind in diesem Dashboard unterwegs. Und eine Kennzahl, nämlich Cross-Profit, ist uns nicht schlüssig. Denn wir sind uns nicht ganz sicher, handelt es sich bei den Beträgen um die Hauswährung oder vielleicht um die Bestellwährung. Was wir jetzt machen können, ist ins Enterprise Glossary springen. Über einen Klick kommen wir hier rein. Warum ist das möglich? Nun ja, das Enterprise Glossary besteht aus Steckbriefen. Und diese Steckbriefe haben eine eigene URL. Das heißt, an den Stellen in Ihren BO-Berichten, an denen Sie URLs einfügen können, dort können Sie auch im Endeffekt die Steckbriefe alle verbinden mit dem Enterprise Glossary. Genau, das heißt, ich bin jetzt in meinem Enterprise Glossary. Das Erste, was ich machen kann, ich kann mir als Mitarbeiter des Fachbereichs ein paar Informationen zum betriebswirtschaftlichen Hintergrund einholen, beispielsweise. Oder ich kann mir anschauen, wer ist eigentlich verantwortlich. Oder beispielsweise die Berechnungen und Formeln, die wir hier sehen. Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch. Dafür klappe ich das hier mal alles zu. Wir beginnen mit dem Thema Anpassbarkeit. Denn diese Steckbriefe, die Sie erstellen im MEG, basieren alle auf vordefinierten Templates. Diese Templates setzen sich zusammen aus Kategorien, das sind diese Bereiche, aus Feldern, sehen Sie hier, und aus verschiedenen Abschnitten. Das heißt, Sie können diese Felder nochmal in Abschnitte unterteilen. Struktur und Detailgrad der Steckbriefe können komplett benutzerdefiniert angelegt werden. Das heißt, Sie können festlegen, welche Informationen in solch ein Feld eingefügt werden sollen. Es kann sich um Text handeln, Checkboxen, Radio Buttons oder auch eine Dropdown-Auswahl. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass es so anpassbar ist, denn jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen, unternehmensspezifischen Anforderungen. Und das ist uns wichtig, dass das mit dem Enterprise Glossary erreicht werden kann. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zur SAP-Integration. Die Steckbriefe können nämlich mit SAP-Objekten verknüpft werden. Das heißt, dadurch, dass sich die SAP-Objekttypen untereinander unterscheiden, sie haben halt verschiedene Eigenschaften, in eingeschränkten Kennzahlen sind die Einschränkungen wichtig, bei diesen berechneten Kennzahlen beispielsweise, ist die Formel entscheidend. Und aus diesem Grund können wir pro Objekttyp beispielsweise ein Template anlegen, sodass die Steckbrieferstellung einfacher ist. Dieser Bereich, den ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, die technische Information, das ist der Bereich, der automatisiert von SAP befüllt wird. Das heißt, sobald Sie eine Verknüpfung durchgeführt haben zwischen Steckbrief und dem SAP-Objekt, wird dieser Bereich mit diesen Informationen dynamisch befüllt mit dem aktuellen Stand dieses SAP-Objekts. Das heißt, in dem Fall, wenn wir uns das mal anschauen, wir sehen hier den Infoprovider, wir sehen, wann diese berechnete Kennzahl erstellt wurde, die Beschreibung, wann sie zuletzt geändert wurde, was es für ein Objekttyp ist, die UID und so weiter. Das heißt, wir haben sehr viele Detailinformationen, die dynamisch hereingeladen werden in diese jeweiligen Fälle des Steckbriefs. Ein zentraler Aspekt bei solchen Steckbriefen, das hören wir immer wieder von Kunden und von Interessenten, ist die Tatsache, dass sie aktuell sein müssen. Denn was wir nicht wollen, ist, dass die Glaubwürdigkeit verloren geht aufgrund der fehlenden Aktualität und was dann dazu führt, dass der Nutzer eventuell doch ins SAP-System springt. Um dem entgegenzuwirken, haben wir einen Synchronisationsbereich. Das heißt, sie können hier Systeme auswählen, ihre SAP-Systeme auswählen, die relevanten BO-Systeme, BW-Systeme und können eine Synchronisation einplanen. Das führt dazu, wenn sie beispielsweise sagen, dass jede Nacht eine Synchronisation durchgeführt werden soll, das führt dann dazu, dass dieser Bereich, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, die technischen Informationen, dass dieser Bereich immer up-to-date ist und dementsprechend die Glaubwürdigkeit auch wirklich vorhanden ist. Der nächste Punkt, eine große Stärke im EG, sind die Formeln. Ihnen ist vielleicht bereits aufgefallen, dass wir hier zwei Formeln haben. Wie unterscheiden sich diese Bereiche? Der erste Bereich, diese Berechnung, ist genauso wie dieser Bereich, Allgemeininformationenberechnung, manuell gepflegt. Das heißt, diese Formel wurde manuell angelegt, händisch angelegt, um die mathematische Beziehung zwischen den Steckbriefen darzulegen. Man kann sich auch vorstellen, dass dieser Bereich dafür verwendet wird, dass man Anforderungsdefinitionen hier spezifizieren kann. Das heißt, ich möchte einen neuen Bericht erstellen, eine Kennzahl oder eine Query und möchte sagen, wie sollen die Formeln sein von diesem jeweiligen Objekt. Der zweite Bereich ist dieser Bereich. Das heißt, das ist die zweite Formel, die wir in den technischen Informationen finden. Und wie bereits mitgeteilt, das ist jetzt eine Information, die wir aus dem SAP BW-System ausgelesen und dann hier dargestellt haben. Was ich machen kann, ist, ich kann jetzt beispielsweise die Verschachtelung weiter auflösen. Das heißt, wenn es eine verschachtelte Kennzahl ist, dann kann ich die Verschachtelung auflösen, indem ich hier einen Rechtsklick mache und immer tiefer die Formel immer mehr auflöse und dann noch mehr Transparenz darüber erhalte, wie sich die berechnete Kennzahl zusammensetzt. In Eclipse müsste ich jetzt viele Tabs öffnen, müsste hin und her springen und das wäre aufwendiger und nicht wirklich komfortabel, diesen Überblick zu bekommen. Genau, kommen wir zurück zu unserem Use Case. Nochmal zur Erinnerung, der Mitarbeiter möchte wissen, ob die Kennzahl, auf dem diese berechnete Kennzahl basiert, ob es sich um die Hauswährung oder um die Bestellwährung handelt. Was ich jetzt machen kann, ist tiefer einzutauchen und meine Recherchen weiter durchzuführen und ich könnte beispielsweise hier draufklicken und meinen ersten Absprung in eine eingeschränkte Kennzahl tätigen. Auch hier würden wir sehen, wir haben wieder einen Aufbau, das heißt wieder fachliches Wissen, das kommentiert wurde von den Mitarbeitern, dann haben wir wieder die Verantwortlichen, Detailinformationen und das ist das, was ich vorhin erwähnt habe. Jeder Objekttyp hat seine ganz speziellen Eigenschaften und in dem Fall bei einer eingeschränkten Kennzahl interessieren uns ja eventuell die Einschränkungen und die Einschränkungen werden hier angezeigt. Ein weiterer Punkt ist der Verwendungsnachweis. Das heißt, das Enterprise Glossary neben den Informationen identifizieren wir auch potenzielle Abhängigkeiten zu anderen Objekten. Das heißt, an der Stelle finden wir heraus, in welchen anderen berechneten Kennzahlen diese eingeschränkte Kennzahl vorkommt und in welcher Querie sie vorkommt. Das sind schon mal Erkenntnisse, die wir relativ schnell gewinnen können. Für mich interessant ist jetzt dieses Feld, die Kennzahl. Netto Bestellwert in Bestellwährung. Wie Sie sehen, ist es Bestellwährung und nicht Hauswährung und das Fazit wäre dann, dass die berechnete Kennzahl, die ich aktuell eingebaut habe in meinem Dashboard, auf der Bestellwährung basiert und sie hilft unserem Fachbereichsmitarbeiter nicht weiter. Was ich jetzt machen kann, denn der Mitarbeiter möchte vielleicht wissen, ob die Kennzahl, die er benötigt, in einer anderen Querie-Definition vorhanden ist. Das heißt, ich möchte jetzt erst mal mir mal die Datenquelle anschauen von diesem Lumira-Bericht. Das kann ich auch ganz einfach machen, indem ich zum Beispiel den meinen Lumira-Bericht Steckbrief verlinke. Wieder gleiches Spiel mit diesem Link. Genau, und dann sehen wir Purchase Accounting. Das ist mein Dashboard nochmal, das sind die Metadaten meines Dashboards und ich habe auch hier wieder meine fachlichen Informationen. Ich könnte auch wieder quasi in die andere Richtung gehen. Ich kann von hier aus meinen Bericht wieder öffnen und mich dann anmelden und meinen Lumira-Bericht aufzeigen. Dieser Link wird automatisch generiert. Das müssen Sie nicht pflegen. Genau, mein Ziel war es, die Querie, die Datenquelle zu identifizieren und das mache ich, indem ich hier den Verwendungsnachweis nutze und in die Querie, in die Datenquelle dieses Lumira-Berichts reinspringe. Genau, was wir hier sehen, sind jetzt Querie-spezifische Informationen. Das heißt, wir sehen die globalen Filter. Auch hier haben wir einen Verwendungsnachweis. Das heißt, an der Stelle sehen wir auch in welchen anderen WU-Berichten eine Verwendung stattfindet. Wie gesagt, all das wird dynamisch generiert vom Enterprise Glossary während der Synchronisation wird dieser Check durchgeführt. Sie müssen da also nichts eintragen und was für mich jetzt interessant ist, sind die Elemente in Zeilen und Spalten. Ich möchte ja nachschauen, ob es eventuell diese Kennzahl in Hauswährung in meiner Querie-Definition gibt. Das kann ich jetzt machen. Ich könnte jetzt durchscrollen und würde dann zurück zum Ergebnis kommen, okay, diese Querie passt nicht zu meinen Anforderungen aufgrund der fehlenden Kennzahl Netto Bestellwert in Hauswährung. Gut. Die nächste Frage, die ich mir stellen könnte, wäre, gibt es vielleicht eine andere Querie, in der meine benötigte Kennzahl Netto Bestellwert in Hauswährung verwendet wird? Dafür kann ich die Suchfunktion nutzen und ich könnte beispielsweise einfach nach Hauswährung suchen, würde dann diese Kennzahl finden und könnte jetzt relativ schnell nachschauen durch einen Verwendungsnachweis, ob diese Kennzahl bereits in einer Querie verbaut ist. Würde unten sehen, tatsächlich, das ist der Fall und entweder könnte ich sagen, passt, das ist eine Datenquelle, die ich in meinen Lumira-Bericht einfüge oder aber in meinem Fall bin ich nicht zufrieden mit dieser Querie aufgrund dieses Feldes, Aktualität der Daten. Das heißt, die Datenaktualität ist hier monatlich, ich wiederum brauche in meinem Bericht tagesaktuelle Daten, dementsprechend würde ich jetzt zum Ergebnis kommen, dass ein Change Request her muss und ich muss den Entwickler Bescheid geben. Okay, kehren wir kurz zurück zur Präsentation. Wir haben zunächst einmal herausgefunden, dass die angezeigte Kennzahl in der falschen Währung angezeigt wird. Das haben wir herausgefunden durch die Auflösung der Formel und auch durch die technischen SAP-Informationen, die man im Steckbrief erhalten hat. Über einen Verwendungsnachweis haben wir dann die Erkenntnis gewonnen, dass es zwar eine Querie gibt, die diese Kennzahl in ihrer Definition auch beinhaltet, aber diese Querie hat keine tagesaktuellen Daten. Das heißt, durch das Enterprise Glossary und durch die geschaffene Transparenz konnte sich unser Fachbereichsmitarbeiter alle notwendigen Informationen selbstständig einholen und zum Entschluss kommen, okay, ein Change Request muss her. Es muss etwas im System und am Objekt verändert werden an der Querie. Das heißt, ich könnte jetzt meinem IT-Verantwortlichen Bescheid geben, hey, kannst du bitte die Netto-Bestellwert in Hauswährung-Kennzahl der Querie XY hinzufügen. Gut, das war das erste Produkt, das ich Ihnen vorstellen wollte und wir kommen zu unserem zweiten Tool, das ich Ihnen jetzt präsentieren möchte, nämlich den Doku-Performer. Das heißt, was Sie jetzt gesehen haben, war die Metadateninformationen, die Sie in Ihrem Glossar, in Ihrem Enterprise Glossary sehr komfortabel aufrufen können, für den Endanwender sehr spannend, vor allem schafft es Transparenz, aber auch der Entwickler kann von Transparenz durchaus profitieren, denn die ganze SAP Business Analytics Welt kann aus Entwicklersicht sehr komplex sein, vor allem, wenn man sich die ganzen verschiedenen Tools anschaut, die im Einsatz sind und die Objekte, die auch untereinander noch eine Verflechtung aufweisen, es ist sehr schwer, dort eine Transparenz zu haben, dementsprechend sind längere Nachforschungen häufig notwendig. Okay, und dafür kommt der Doku Performer ins Spiel, wir möchten mit unserer Desktop-Applikation Licht ins Dunkle bringen und wir unterstützen Sie vor allem in folgenden Bereichen, zunächst einmal die Dokumentation, das heißt, Sie haben die Möglichkeit, entweder auf Knopfdruck einzelne Objekte zu dokumentieren und technische Dokumentation zu erstellen, Sie können ganze SAP-Projekte dokumentieren, Datenmodelle, Kennzahlen, Kataloge und so weiter. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn Sie interne Vorgaben haben oder gesetzliche Anforderungen besitzen, dokumentieren zu müssen. Dann haben wir den Analyse-Part, das ist der zweite Punkt, Mapping, Impact und Housekeeping-Analysen, vor allem dann hilfreich, wenn Sie die Datenquelle von bestimmten Objekten identifizieren möchten, wenn Sie nachschauen möchten, ob eine bestimmte Änderung eine Auswirkung, eine negative Auswirkung eventuell auf abhängige Objekte hat und wir haben Housekeeping-Analysen, das heißt vor allem dann interessant, wenn Sie herausfinden möchten, welche Objekte im System existieren, die keine Daseinsberechtigung mehr haben, weil sie nicht verwendet werden, aber eigentlich nur noch Speicherplatz fressen. Die zwei unteren Punkte, da handelt es sich zuallererst mal um Translations, das heißt, wenn Sie Ihr System mehrsprachig gepflegt haben und eigentlich nur eine Sprache wirklich gut gepflegt haben und die anderen eher ein bisschen ignoriert haben in der Vergangenheit, dann haben Sie die Möglichkeit, das nachzuholen mit Translations, Sie können im SAP-BW-Umfeld die Objektbeschreibung übersetzen beziehungsweise bearbeiten und in Ihr SAP-BW-System schreiben. Der letzte Punkt ist die BW-4HANA-Migration, die Sie mit Migration umsetzen können, das heißt, wir unterstützen Sie und beschleunigen Sie signifikant. Wie funktioniert das Ganze? Sie können Ihre ganzen Datenmodelle in den Doku-Performer integrieren, können die Objekte umwandeln in BW-4HANA-optimierte Objekte, können Sie in einen neuen Namensraum bringen und können das Ganze dann in Ihr Erziehersystem exportieren. Zudem können Sie auch die Queries kopieren, sehr komfortabel und sehr schnell. Ein kleiner Punkt, die unteren beiden Funktionen werde ich im Rahmen dieses Webinars nicht bearbeiten. Genau, kommen wir jetzt noch zu den Komponenten, die wir unterstützen mit dem Doku-Performer. Wir sehen BW, RPS4, BPC, seit einigen Jahren auch die HANA-Komponente und auf Frontend-Ebene unterstützen wir die DBO-Komponente sowie SHC seit diesem Jahr. Okay, dann würde ich jetzt mit der zweiten Live-Demo starten und möchte Ihnen den Doku-Performer vorstellen. Das heißt, wir haben jetzt eine neue Perspektive, wir sind jetzt der Entwickler, der diesen Change-Request bekommen hat und dafür springe ich in den Doku-Performer. Ich würde gerne starten mit dieser Ansicht. Das heißt, das ist die initiale Ansicht des Doku-Performers. Was Sie machen können, ist, Sie können auf der linken Seite selektieren, welche Objekttypen für Sie relevant sind. Ich bin jetzt verbunden mit der BO-Komponente und anschließend können Sie nach bestimmten Objekten suchen. Das heißt, ich könnte jetzt meine Lumira-Objekte, die in diesem System, mit dem ich verbunden bin, drin sind, durchsuchen und würde anschließend beispielsweise diesen Lumira-Bericht finden. Ich könnte ihn nun entweder dokumentieren oder aber ich könnte eine Analyse durchführen und genau Letzteres habe ich schon vorab gemacht. Was sehen wir hier? Wir sehen zunächst einmal alle Komponenten, das heißt wirklich alle wichtigen Meta-Informationen und alle Komponenten, die Sie hinzugefügt haben, im Lumira-Designer. Zudem, wir sehen auch hier die Graphomate-Extensions, die eingefügt wurden. Das ist dann auch eine kleine Schnittstelle, die wir haben und genau, kann man hier runter scrollen und alle anderen Komponenten sehen und wenn das Ganze dokumentiert werden soll, weil Sie beispielsweise den Aufbau irgendeinem Kollegen nochmal zeigen wollen und ein Excel-Dokument dafür generieren möchten, dann können Sie das hierüber machen und dann generieren Sie auf Knopfdruck solch ein Dokument, indem Sie auch das Coding sehen. Das heißt, wenn Sie in den Events Coding verwendet haben, dann können Sie das hier auch nochmal komplett durchsuchen und sich nochmal einen Überblick verschaffen. eine weitere sehr wichtige Information ist die Datenquelle. Das heißt, wie Sie hier sehen, das ist die Query, die ich Ihnen auch vorhin im Enterprise Glossary gezeigt habe. Das heißt, an der Stelle schlagen wir die Brücke zum BW-System und wir sehen die abhängigen Objekte in dem Fall. Wenn wir zurück zum Use Case kommen, ich muss ein Change Request umsetzen als Entwickler und ich möchte wissen, nochmal ganz kurz, was ist die Datenquelle und auf welchem Datenmodell basiert diese Query überhaupt? Das kann ich auch sehr leicht nachschauen, da veröffne ich kurz eine andere Instanz, denn jetzt bin ich in einem BW-System drin und ich kann ganz einfach nach Queries suchen. Das ist die 0,4er Query, die wir vorhin gesehen haben und ich kann mir jetzt den Datenfluss anzeigen, den grafischen Datenfluss. Das ist ein sehr guter Startpunkt, weil man die verschiedenen Objekte und die ersten Abhängigkeiten sich schon mal auf einen Blick ansehen kann. Wir kombinieren in dem Fall auch die BO-Welt mit der BW- und HANA-Welt. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal draufklicke, dann sehen wir die BO-Objekte, die auf dieser Query basieren. Ab der neuen Version wird es auch möglich sein, sogenannte Mixed-Szenarien anzuzeigen. Das heißt, wenn Sie ein Calculation-Due in Ihrer Modellierung verwenden, ein HANA-Objekt, dann würden wir diesen auch mit anzeigen. Okay, was können wir noch machen? Wir können beispielsweise die Layer einblenden. Das heißt, wenn Sie mit einer LSA-Architektur arbeiten, dann können Sie das hier nochmal sehr ersichtlich machen. Wir können auch zudem weitere Informationen zuladen. Das heißt, wenn Ihnen diese Auskunft nicht reicht und Sie noch mehr wissen möchten, dann können Sie beispielsweise einen Look-Up-Scan durchführen. Das ist jetzt wirklich eine sehr tiefgreifende Analyse, geht sehr ins Detail. Das heißt, Sie möchten wissen, wo kommen Daten außerhalb meines Datenflusses her und hier würde ich zum Beispiel sehen, in dem Fall aus diesem ADSO. Was können wir noch machen? Wir können beispielsweise eine DTP-Analyse machen. Das heißt, der Doku-Performer geht wieder die Transformation durch. Warum ist das sinnvoll? Wenn Sie beispielsweise falsche Daten in Ihrem Bericht sehen und wenn Sie wissen, es liegt an DTPs und an falsch gesetzten Filtern, die diesen Wert, die bestimmte Werte ausfiltern, dann müssten Sie in SAP jetzt alle DTP-Filter durchgehen und nachschauen, wo ist jetzt der Fehler drin beziehungsweise wo ist der falsch gesetzte Filter. In dem Fall können Sie einfach sich relativ gut einen Überblick verschaffen. Sie sehen die gesamten Filter im DTP, in den DTPs und Sie sehen auch die Verwendung in Prozessketten. Das heißt, Sie sehen, man kann sehr einfach diese Erkenntnisse gewinnen in sehr kurzer Zeit und wenn wir jetzt nochmal zurück zum Use Case gehen, ich möchte mir einen Überblick verschaffen und feststellen, an welcher Stelle ich eine Veränderung vornehmen muss. Das heißt, ich würde mich jetzt als Entwickler entlanghangeln von oben nach unten beginnend mit der Query. Zunächst möchte ich nachschauen und analysieren, ob diese Kennzahl Netto-Bestellwert in Hauswährung tatsächlich nicht in der Query-Definition vorkommt. Dafür kann ich über einen Rechtsklick die Query analysieren, sehe sehr schnell den Aufbau, den gesamten Aufriss der Query. An der Stelle könnte ich auch einen Vergleich durchführen und könnte beispielsweise zwei Queries vergleichen, eine aus meinem Entwicklungssystem und die gleiche aus dem Produktivsystem und könnte nachschauen, gibt es eventuell irgendwelche Unterschiede. Ich möchte jetzt in dem Fall nach einem Objekt suchen, nämlich nach dem Info-Objekt, von dem wir vorhin gesprochen haben, die Kennzahl Netto-Bestellwert in Hauswährung. Als Entwickler ist mir auch der technische Name bekannt. Ich sehe, in der Query kommt es nicht vor. Ich würde weiter runtergehen, schaue mir an eventuellem HANA Composite Provider, gleiches Spiel. Ich durchsuche wieder den gesamten HANA Composite Provider. Binde auch hier nichts und würde jetzt zu guter Letzt nochmal nachschauen, gibt es diese Kennzahl eventuell in den Part-Providern darunter. Das heißt, diese Analyse kann auch durchgeführt werden für ganz viele Objekte gleichzeitig und der große Vorteil ist der, dass Sie eine flache Liste haben von Ihren Objekten, die Sie alle durchsuchen können. Das heißt, Sie müssen nicht wie in Eclipse alle Objekte einzeln öffnen, dann nachschauen, welche Objekte sind dort ausgewählt, sondern Sie können hier ganz einfach alles durchsuchen und dann stellen wir fest, okay, in diesen zwei ADSOs kommt tatsächlich diese Kennzahl vor, die ich benötige, Netto-Bestellwert in Hauswährung. Ich könnte an der Stelle noch eine Mapping-Analyse durchführen, um nachzuschauen, was ist die Datenquelle von dieser Kennzahl und wie ist sie gemappt. Das ist dann auch jetzt ein bisschen technisch. Ich sehe, das ist die Data Source in dem Fall. Die Mapping-Analyse ist durch. Jetzt könnte ich noch eine Impact-Analyse durchführen. Wenn ich jetzt wirklich im HANA Composite Provider diese Kennzahl hinzufüge in den Output, würde es eventuell irgendeine potenzielle Auswirkung auf andere Objekte haben, in denen der HANA Composite Provider verwendet wird. Dafür führe ich einen Verwendungsnachweis durch und sehe dann nochmal auf einen Blick, welche Objekte diesen HANA Composite Provider verwenden. Gut, das heißt, ich bin mit meinen Analysen durch, kann das Ganze jetzt in SAP umsetzen und was ich jetzt noch machen möchte, ich würde noch gerne das Ganze dokumentieren. Das heißt, zu guter Letzt, würde ich jetzt einfach die Objekte alle markieren, würde ein Rechtsklick durchführen und würde sagen, bitte diesem Szenario zuweisen. Was ist ein Szenario? Das schauen wir uns jetzt an. Ein Szenario ist quasi eine Bündelung von Objekten, die in einem bestimmten Zusammenhang stehen. Das heißt, in dem Fall habe ich alle Objekte, die in dem Zusammenhang stehen, weil sie in einem Datenmodell vorkommen, diesem Szenario zugewiesen. Sie können sich hier ihre Dokumentation zusammenklicken, können bestimmen, was die verschiedenen Kapitel sind. An der Stelle können diese Kapitel auch noch ausprägen und können die Objekte dann zuweisen. Durch bestimmte Regeln werden die Objekte schon dem richtigen Kapitel zugewiesen. Das heißt, diese Objekte, die Sie jetzt hier sehen, haben wir vorhin im Datenfluss gesehen und sie werden automatisiert den richtigen Kapiteln zugewiesen. Das Ganze kann ich dann am Ende dokumentieren und dann würde sich solch eine Dokumentation angeben mit einem Klick. Das heißt, Sie können die Template einbinden, Sie sehen die verschiedenen Objekte, die Sie dem Szenario zugewiesen haben. Da sehen wir auch, dass ich zum Beispiel ein SAC-Objekt vorher zugewiesen habe. Wir haben den Inhalt von der Einleitung, hier die Verantwortlichen, dann ein grafischer Datenfluss, der automatisiert generiert wird und mit ausgegeben wird in Ihrer Dokumentation und so weiter. Dann würden jetzt sehr viel technische Informationen kommen, aber das wäre alles drin. Das heißt, so eine Dokumentation habe ich mir innerhalb von einer Minute zusammengeklickt und ich müsste vorher nur die Szenarien aufbauen, wo Sie aber auch Templates haben. Gut, zu guter Letzt würde ich jetzt noch als Entwickler, da öffne ich das hier, das ist jetzt meine Entwickleransicht, Alexander Kolmogorcev, da könnte ich jetzt noch beispielsweise im EG, an dem jeweiligen Lumira-Bericht, an dem Steckbrief, könnte ich die Diskussionsfunktion nutzen, könnte sagen, der Lumira-Bericht wurde um die angefragte Kennzahl erweitert, könnte den Beitrag posten und mein Kollege, unser Fachbereichsmitarbeiter, würde daraufhin eine Benachrichtigung bekommen, dass hier irgendwas kommentiert wurde und in der Diskussion hier unten würden wir dann sehen, was der Entwickler geschrieben hat. Das heißt, Sie sehen, diese Kollaboration kann perfekt gelebt werden, wenn Sie das Enterprise Closary dazu noch nutzen. Okay, das war jetzt mein Use Case. Dann würde ich jetzt zu meinem Ende kommen, noch ganz kurz die Vorteile zusammenfassen. Was sind die Vorteile vom Enterprise Closary? Zunächst einmal die Transparenz. Es wird eine Transparenz geschaffen und dadurch, dass die gesamten Metainformationen zu Kennzahlen und Berichten an einem zentralen Ort abgelegt werden und dafür für alle Fachbereichsmitarbeiter zugänglich sind. Gleichzeitig können Sie auch diskutieren, wie Sie gesehen haben. Die technische SAP-Information wird automatisiert im Steckbrief ergänzt, wie Sie gesehen haben. Der Bereich wird komplett automatisch ergänzt. Ein zweiter Punkt ist die Anpassbarkeit. Das heißt, Sie können die Templates sowie das Erscheinungsbild komplett grafisch anpassen. Zentralität, denn die ganzen Metainformationen sowohl aus dem BW als auch aus der BO-Welt werden gesammelt in einem Glossar. Dokuperformer dann noch kurz. Der Dokuperformer zeichnet sich vor allem deswegen aus, weil er sehr effizient ist. Das heißt, die ganzen zeitaufwendigen Analysen und auch die Dokumentation können Sie mit wenigen Klicks durchführen. Der Prozess der Dokumentation kann auch komplett automatisiert werden. Das heißt, Sie können beispielsweise sagen, bitte exportiere mir dieses Szenario, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, diese Dokumentation zu einem bestimmten Zeitpunkt und lege sie in einem bestimmten Ordner ab. Und die letzten zwei Punkte systemübergreifend, das ist der Punkt, dass wir die HANA, BW und BO sowie SHC-Welt miteinander vereinen in einem Tool. Das heißt, wir schlagen die gesamten Brücken zu allen Business Analytics Tools und zu guter Letzt die Vereinfachung, die viele der Funktionen können mit wenigen Klicks einfach durchgeführt werden. Das heißt, Sie können sehr schnell einen Erkenntnisgewinn schaffen und zudem werden die komplexen Informationen in sehr vereinfachter Form dargestellt, beispielsweise im grafischen Datenfluss. Gut, dann bin ich durch mit meinem Thema und wie bereits gesagt, wenn Sie Interesse haben, unsere Produkte oder die Produkte von Graphomate zu testen, dann schreiben Sie uns einfach an, sagen Sie uns Bescheid. Sie können beim Loco Performer und beim Enterprise Glossary so, dass Sie den vollen Funktionsumfang testen können und am eigenen System dann auch nochmal durchführen können. Stefanie, möchtest du auch noch irgendwas sagen zum Graphomate? Ja, gerne. Erstmal noch vielen Dank für deine Präsentation, das war sehr aufschlussreich. Wir bieten auch gerne nochmal Web-Sessionen an, die nochmal vertieft zeigen, wie Sie unsere Komponenten verwenden können. Also wir freuen uns auf Ihre Anfragen und sind Ihnen auch gerne behilflich und würden Ihnen gerne auch die Informationen zukommen lassen. Gut, dann bedanke ich mich schon mal für die Teilnahme und dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Webinar. Ja, und von meiner Seite schönen Tag Ihnen und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.